Fotos von einem Streitgespräch. Also das Gespräch war halt schon wirklich, da ging es richtig, richtig zur Sache. Es war wirklich sehr bewegt. Die Zeit hatte Bernd Lucke und Hamburgs Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank zum Rededuell eingeladen. Jetzt entscheidet Redakteurin Charlotte Parnack, welche Fotos das Doppelinterview illustrieren sollen. Also die beiden sind doch echt toll. Das sind doch schöne Farben. Es erscheint in einem Ressort, das die Zeit vor zwei Monaten neu eingeführt hat. Und dieses neue Ressort heißt Streit. Innerhalb des Hauses haben wir uns viele Gedanken gemacht. Außerhalb des Hauses haben uns Leser darauf angesprochen, warum nennt ihr das Streit? Streit ist was Schlechtes. Man sagt doch schon zu seinen Kindern, Kinder streitet euch nicht. Streit ruft bei mir negative Assoziationen, Aggressionen und so weiter hervor. Zwei Monate später hat sich die gesellschaftliche Debatte so gewandelt, dass alle sagen, Mist, warum haben wir nicht mehr gestritten? Wir brauchen Streit. Denn die Stimmung ist aufgeheizt. Zum Beispiel im Fall Lucke. Der Mitgründer der AfD würde wohl gerne wieder ein ganz normaler Professor sein. Doch bei seiner ersten Vorlesung wurde er beschimpft. Lucke verteidigt sich. Er habe mit der heutigen AfD nichts mehr zu tun. Die Leute, die den Erfolg haben wollten, die sitzen jetzt im Bundestag. Ich habe gekämpft gegen die rechtsextremen Stimmungen und bin unterlegen. Viele finden, damit macht es sich Lucke zu leicht. Doch ist der Protest in der Form okay? Niederbrüllen, Beschimpfungen, beim zweiten Mal ja sogar Stürmen des Hörsaals. Angeblich wurden ja sogar Sicherheitsleute verletzt. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Also das Nichtmöglichmachen der Vorlesung finde ich ein veritables Problem. Protestieren an sich, wie der Aster es ja zum Beispiel vor dem Gebäude gemacht hat, daran sehe ich überhaupt kein Problem. Aber das ist eben dann die Frage, wo endet legitimer Protest? Gerade weil Lucke an seiner Uni niedergebrüllt wurde, hat er jetzt die Möglichkeit, seine Meinung auf großer Bühne frei zu äußern. Da ist dieser Meinungskorridor und dieser Meinungskorridor betrifft typischerweise Themen, die als irgendwie rechts angesehen werden. Und da ist immer die Sorge, dass wenn man sich da so äußert, dann wird rechts gleich rechts extrem gesetzt. Und damit wird man in eine Ecke geschoben und dann wird man sozial ausgegrenzt. Tatsächlich ist Lucke mit dieser Meinung nicht alleine. Auch FDP-Chef Lindner fühlt sich ungerecht behandelt. Weil er einen Vortrag für die liberale Hochschulgruppe nicht an der Uni Hamburg halten durfte, sieht auch er die Meinungsfreiheit in Gefahr. Und an der Uni Göttingen hinderten Protestierende den ehemaligen Bundesminister Thomas de Maizière letzte Woche daran, aus seinem Buch vorzulesen. So diskutiert nun auch der Bundestag über das Thema Meinungsfreiheit. Ich muss sagen, das sind Ereignisse, die hätte ich mir vor wenigen Jahren noch nicht vorstellen können. Und ich weigere mich, mich daran zu gewöhnen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass der Meinungskorridor nicht weiter eingeengt wird, sondern offen bleibt. Unsere Gesellschaft hat im Großen und Ganzen verlernt, mit unterschiedlichen Meinungen in aller Ruhe umzugehen, sauber zu diskutieren. Die Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Die Zeit macht das diese Woche zu ihrem Titelthema. Charlotte Parnack möchte dazu beitragen, den Streit zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen, den Begriff wieder positiv zu besetzen. Ich glaube, ja, wir haben verlernt, uns zu streiten. Wir haben es einfach lange nicht praktiziert. Also ich glaube, eine gewisse Zeit war es sehr gemütlich in der Mitte und es ging uns gut oder es geht uns gut. Warum sollte man sich groß streiten? Viele Dinge wurden gar nicht thematisiert. Das heißt aber nicht, dass es diesen Streit nicht gab. Der wurde an den Rändern ausgetragen und das sieht man jetzt. Statt Diskussion, oft Konfrontation. An vielen Universitäten beanspruchen eher linke Gruppen die Meinungshoheit für sich. Die sozialen Medien im Internet hingegen sind voll mit vor allem rechten Pöbeleien gegen Flüchtlinge oder gegen Menschen, die für Klimaschutz demonstrieren. Ein Meinungskampf, der sich mit voller Wucht entfaltet. Das beobachtet auch Jan Heitmann von der Süddeutschen Zeitung. Umso kritischer sieht er die radikalen Proteste gegen Lucke und andere. Das spielt eigentlich nur denjenigen in die Hände, gegen die man da eigentlich vorgehen will. Nämlich gegen diejenigen, die möglicherweise die Rechtspopulisten wählen oder gegen die Rechtspopulisten überhaupt. Weil die sich damit wieder sagen können, na schaut mal, die Meinungsfreiheit in Deutschland, die existiert nicht mehr. Dabei gibt es durch die sozialen Medien mehr Möglichkeiten als je zuvor, seine Meinung zu äußern. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute auch einfach uninformiert ihre Meinungen loswerden. Und da ist es natürlich so, dass das Medium dann auch sozusagen die Form oder den Inhalt bestimmt. Das kann man auf Social Media natürlich wunderbar machen. Also man kann einfach seine Meinung loswerden, ob man sich jetzt darüber informiert hat, ob die zutreffend ist, ob die stichhaltig ist. Das wird immer weniger getan. Ein Diskurs, in dem jeder fast alles sagen kann. In dem aber gerade deshalb manche sich immer weniger trauen, zu sagen, was sie denken. Bei der Zeit suchen sie für diese Stimmung in der Gesellschaft ein passendes Titelbild. Die Meinungen sind nicht mehr gewichtet. Jede ist gleich viel wert. Jede ist gleich richtig erst mal oder gleich wahr. Insofern, damit sie gehört wird, wahrgenommen wird, muss ich sie immer lauter, greller, schriller, brutaler, oft finde ich wirklich hysterischer, in die Welt tröten. Und dadurch wird der Diskurs lauter, aggressiver. Eine Schreispirale, nennt das Charlotte Parnack. Das Paradox, ausgerechnet dadurch, dass es mehr Möglichkeiten gibt, seine Meinung zu äußern, fühlen sich manche in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt. Denn bei dem aggressiven Meinungskampf werden differenzierte Stimmen oft überhört oder verstummen ganz. Deshalb, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir diese Schutzräume haben, in denen aber noch gut gestritten werden kann. Und dass die Mitte diese Schutzräume braucht. Und das ist natürlich der Bundestag, das sind Landesparlamente, das sind Hörsäle. Insofern umso tragischer, was in Hamburg gerade passiert. Das sind kulturelle Einrichtungen, Theater, aber eben auch Medien. Räume, in denen keiner den anderen niederbrüllt, sondern in denen ein Streit mit Argumenten ausgetragen wird. Solange beide Seiten gewählt sind, einander überhaupt noch zuzuhören.